Hallo, 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 hier ist Elise, wie spielst du denn da auf dem Zwerhenschilte? Beinah kaum. Ich weiß nicht, wie viele Leute am Kumpen. Guck mal nach, ob die Aufnahme läuft auf dem Zwerhenschilte. Da steht Aufnahme Stumpen, also läuft die Aufnahme. Und da ist auch wieder alles klar. So, dann musst du mal gehen lassen, die Zwerhenschilte. Das ist aber nicht die Horde, oder? Nee, ich glaube nicht. Ja, und jetzt? Dann macht er mal aufmerksam. Mach ich doch. Und einmal biegen. Mann! 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 Da siehste einfach nix hier. Gar nix siehste hier. Ich hätte mal ein paar Fenster drin lassen sollen in meiner Brücke. Jetzt ist es zu spät. Du kannst die aber immer noch aushauen. Die Steine für Fenster. Das war jetzt aber da, glaube ich. Da gehen wir doch auch noch mal gucken. Die treffe ich nämlich. Mensch, ich kann mich ja gar nicht entscheiden, wo das alle knallt hier. Nix. Nix. Die Steine für den Weg. Und die Steine für den Weg. Seid doch froh! Moment! Da siehste, geht doch! Action, Action! Oh, die Fußpilz! Alles bei Riese! Moment, dann mach ich mal die zwei, glaub' ich. Guck mal, keiner kann die Riese kriegen hier! So! Komm her, du Wuff! Sie ist auch weg! Kein Problem für die Riese! Ich hätt' da unten noch ein paar hinlegen sollen! Was? Erdreht mich ins Ferngschilte! So, weg mit dir! So, weg mit dir! So, nichts geht mehr hier! So, lass' die Räupfbolde zu mir kommen! Mensch, wie ist der wieder hochgekommen? Ein bisschen anderer ist sein Bruder. Ach so, ich dachte schon! Was fehlen mir die Ankanaten? Siehste! Das ist ein Ferral-Zombie! Wie, der Schäppige da? Ja! Na gut, dann kann ich den ja auch nochmal wegmachen! Da ist noch einer, siehste! Hat der ein Buch? Ne, aber der hat die, äh, Knarren-Teile dabei! Ich hätt' da unten noch Dingens machen sollen! Ich hätt' da unten noch Dingens machen sollen! Wer ist Dings? Ja, ein paar Kämpfer, die sie machen sollen! Keine Ahnung, wie die hat verhilft! So, weg da! Alle weg hier! Pff! Da ist aber nicht viel hier heute! Ich hab' gehofft, da will mehr los! Ja! Ola! Die Waldfee, hast' gehört? Ja! Und noch einen! Schon wieder abgetaucht! Wer rülpst denn da so? Zwergenschilte, warst du das? Ne, ich war das nicht! Hätt' ja blöd jetzt schon mehr Glück gehabt! So, wieder einer erwischt! Ich hab' gehofft! Ich hab' gehofft! Ich hab' gehofft! Ja! Ach ja, ich mei' zwei Feralzumi! Händ' immer ganz tolle Sachen bei! Wer soll ich denn looten? Nee, besser nicht! Da ist ein Spider-Zoom, hast du das gesehen? Ja. Und ein Kläffer. Kann jetzt Spider-Zoom, die doch hier hochkommen, oder? Ja, hab ich gesehen. Mist! Haben wir nicht aufgepasst, Svern-Schilde? Aber da ist hier wir. Als wenn du nicht dabei gewesen wärst. Dann passt auch die Gorkenböcker auf. Wenn die zu groß wären, dann haben sie die Augen. Guck mal, der brennt noch. Ah, da hat doch schon wieder ein Spider-Zoom. Du hast gesehen, der freut mich doppelt. Sieht ja so aus, als wenn die Elisie Bauhilfe mir halten würde, ne? Du blutest. Moment! Wer hat mich denn zum Bluten gebracht, Swergen-Schilde? Ich glaub, der Hund. So, jetzt kommt krach, da ist wieder einer. Da liegt sie. Was war das denn mit euch beiden da los? Seid ihr ein Zwillingsbärchen, oder was? Es sind immer nur ein paar, die da kommen, Swergen-Schilde. Ja, ich weiß. Ist das so schlimm? Ich hätt lieber mehr gehabt. Und meinen anderen hätt ich auch noch lieber gehabt. Guck mal, da kommt wieder ein. Da ist schon wieder ein Polizist. Unweg. Sollen wir da drüben noch mal gucken, Swergen-Schilde? Ja, du gehst ja ja schon hin. Ja, und womit, Swergen-Schilde, mit Recht? Ja, siehste, geht doch. Wo trifft er denn nun mal wieder? Ja, ich sehe das Silberzwergen-Schilde. Guck mal, was die hier am Buseln sind. Und doch treff ich die. Mensch, guck dir den an. Ich kann keinen Mensch treffen. Boah, die knallen mir die ganze Hütte hier kaputt. Hör dir das mal an. Ah, das ist aber wieder schon so eine Bombe. Hast du gehört? Siehste, hab ich gut gelegt. Guck mal, da kommt schon wieder so ein Polizist. Zack, ein Schuss. Eigentlich wollte ich doch hier hoch. Wie doch gesagt, flieh ich doch hoch. Ganz vorsichtig, hab ich das gemacht. Hast du gesehen, Swergen-Schilde? Ja. Nicht, dass ich da unten reinfalle. Mann schritte. Es ist nur noch ein Klepper da. Und die Olle, die sich da abstrampelt. So. Der wackelt aber auch hin und her hier. Der Kröter ist auch schon wieder unten. So, die halbe Stunde ist um. Du kannst ausloggen. Du hast doch wohl den Knall nicht mehr gehört, Zwergenschild. Lass mich bloß jetzt hier in Ruhe weiterspielen, du. So. 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 Da war wieder einer. Hab ich gesehen, Zwergenschilder, musst du sagen. Ich habe ja Roseline geschrieben, dass sie so gefährlich sind. Moment. So? 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 Wir haben 6 zu 7.24, es ist langsam Feierabend. Moment! Die Knarre ist kaputt. Habe ich ja was für gemacht. Wir können auch krabbeln. Der krabbelt nicht mehr. Der nicht mehr. So sicher war ja deine Hütte hier gar nicht, oder? Ja, lebe ich noch? Zwergenschild oder was? Ja, du lebst noch. Ja, was war denn da an Unsicht dann? Die haben dich ja fast weggemacht. Ja, so was kann vorkommen. So. Jetzt einmal machen hier. Moment! Das sind doch viel zu viele, die du da reintunst. Ja, sicher! Ja, sicher! Ja, sicher! Ja, sicher! Den oberen Gorblok jetzt lasse ich gehen. Warum? Au, scheiße, ich bin fast zu weit geworden. Hab ich gesehen. Womit ich die lassen können, Swergnschilde? Ja, weil dann von oben keiner mehr hätte reinhauen können. Ja, sicher, und so'n scheiß Gorblok. Soll die abhalten, oder was? Ja, hab ich schon gedacht. Hast du falsch gedacht, Swergnschilde? Ach so, die rennen nicht mehr, deine Zombies. Du kannst raus. Ja, immer mit der Ruhe. Jetzt macht die paar Zombies da eben weg, und dann ist das gut. Ja, da müssen wir mal gucken, Swergnschilde. Und denk dran, hier sind immer noch Treten. Moment. Nö, sind da keine mehr. Wer guckt da auch nicht drüber? Ich denk schon, Swergnschilde. Ich denk schon, dass ich da rüberkomme. Aber dann wird schwer. Moment, erstmal gucken. Fünf. Geht der da rein? Naja, so'n bisschen. Und falls der einbricht. So, Wuseline ist wieder da. Quatsch, Elisi ist wieder da. Hat mich ganz schön nervös gemacht, die Wuseline. Ich glaub, du bist von der falschen Seite jetzt. Denk dran, da ist auch, äh, ein Hund. Ah, den seh ich, Swergnschilde. Denk dran, der kann richtig rein. Wer ruht dich denn da? Das seh ich jetzt gar nicht. Ich muss mal ein bisschen schneller rennen hier. Das weiß ich nicht, aber ich bin überzeugt, gleich lebt die nicht mehr, oder der? Guck mal, der spiegelt sich. Der ist doch ein anderer. Ich hab gedacht, der spiegelt sich in dem Wasser da. Genau, aufstehen! Genau, aufstehen! Hätte ich'n Revolver, wäre das schon lange weg, glaubste? Du, ne, das glaub ich irgendwo nicht. Ich aber, Zwergnschilde. Ein Revolver wäre das alles kein Problem. So, wie hab ich das gemacht, Zwergnschilde? Oh! Ja, hab ich mir gedacht. Jetzt müssen wir da noch einmal runter. Ach, geht ja gar nicht. Da ist ja Wasser jetzt drin. Von der Seite geht das schon mal nicht. Einmal von der anderen Seite gucken. Dann nehmen wir am besten das Schrottgewehr. Da ist nur irgendwo ein Spider zu mir am Umeiern. Ja, ich hör den auch. Wo ist der doofe Kerl? Ach, da! So, der lockt keinen mehr. Nicht, dass ich da noch reinlatsch. Guck mal, du hast jetzt hier deinen eigenen Träger hier unten verweggeschossen. Ja, und stell dir mal vor, ich werde da reingelatscht. Da wäre ich sofort tot. Guck mal, hier haben sie den Fluss freigelassen, die Zombies, die... Ja, hab ich gesehen. Wann der andere? Ach, da kommt der andere Krammung. So. Ja, ja, roll du mal, du blöden Kerl, du... Level 42. Ein, die 2 Level hab ich gemacht. Gut. Ja, jetzt hast du gar nichts mehr. Im Auto von deinem alten Haus. Ne, jetzt hab ich auch nichts mehr. Jetzt hast du auch keine Zombies mehr. Und ich hör keinen mehr. Und da ist überhaupt gar nichts mehr. Jetzt kannst du ausloggen. Einen höre ich noch, Zwergenschilde. Einen höre ich noch. Da. Hat der mir das Bein gebrochen? Ne, das schaffst du immer alleine. Zwergenschild ist eigentlich so negativ mit deiner Liese. So, ist jetzt Ruhe hier? Ja, ich denke, jetzt ist Ruhe hier. Jetzt kannst du ausloggen. So, Leute, ich hab überlebt. Die paar, die da gekommen sind, war da, ich glaub, 2085 oder was. Ne, gucken wir jetzt mal nach. Moment. Jetzt hab ich 2.190, also 105 Zombies haben wir weggemacht. Ich sag dann mal Ciao.